Hallo und herzlich willkommen zu Bauer sucht Frau bei SimSibine und heute sind wir wieder bei Carsten, dem kuriosen Kuhwirt und seinen wundervollen Kühen. Ich freue mich sehr auf den Part und auf Carsten. Carsten hat keine Mutter oder keine andere Person im Haushalt, die ihn bei der Entscheidungsfindung unterstützen kann. Zuletzt hat er ein bisschen mit Luisa geflirtet. Mal sehen, wo es hinführt. Darum, ich freue mich auf den Part und dann würde ich sagen, let's go! Und in Hanford und Begley geht langsam, aber sicher die Sonne auf. Und die erste Dame, die wach ist, ist Mary Jane. Guten Morgen, Mary Jane. Womit startest du den Tag? Mit Fisch von gestern. Kann man machen? Nee, ach, sie stellt ihn weg. Oh, danke, Girl. Sie hat eine Portion weggestellt und jetzt isst sie sie. Ach, sie hat sich nur noch mal kurz kalt gemacht. Die hat sich den Fisch nur mal kurz in den Kühlschrank gesteckt, damit er kalt ist. Und jetzt isst sie ihn. Das habe ich auch noch nie erlebt. Na ja, gut, kann man machen. Also Mary Jane gönnt sich ihren kalt gemachten Fisch. Hier draußen. Oh ja, das ist ja unsere liebe Saskia. Die hat ja hier draußen die Landwirtschaft für sich entdeckt. Und sie steht auf, hat zwar Ultra Hunger, aber das Erste, was sie macht, ist das Unkrautjäten. Ich bin vollends begeistert von ihr. Ich habe gedacht, so als eher so alternative, eingestellte, coole Socke, dass sie das vielleicht, dass sie da nicht so Bock drauf hat. Aber ich feiere sie hart, dass sie aufsteht und das Erste, was sie macht, dass sie denkt, nee, ich esse jetzt noch nichts. Ich mache jetzt erst mal, jette ich das Unkraut von meinen schönen Auberginen weg. Also ich finde, das ist eine coole Einstellung. Die anderen Mädels sind übrigens auch wach oder sie stehen gerade auf. Ja, einigermaßen fit. Und was ist mit Carsten? Carsten fühlt sich unwohl, weil Carsten hat Hunger. Carsten hat übelst Hunger. Und er hat gerade im, ich glaube, er will sich das nehmen, oder? Aber das ist schon schlecht. Oh, und er wünscht sich, mit Luisa in die Wolken zu schauen. Dunkelgrüner Daumen. Saskia blüht genauso auf wie ihre geliebten Pflanzen. Sind die aufkeimenden Gefühle ein Hinweis darauf, dass sie Gartenarbeit mag? Ja, Mann. So was von. Also wenn nicht Saskia, wer dann? Saskia, du liebst es und das fühle ich voll. Ab dafür. Ach, er nimmt aus dem Kühlschrank und denkt sich, boah, übelst du, es stinkt. Ist das noch, warte, Carsten, ist das noch gut? Ja, okay, viel Glück. Und setzt er sich jetzt zu Mary Jane? Ja, aber Mary Jane so, ich bin fertig. Chill mit Öl. Carsten sitzt alleine am Frühstückstisch. Was? Und ihr so? Oh nein, die Katze. Nein, die Katze frisst das Verdorbene Fressen. Tu's nicht. Kannst du die Katze schimpfen, please? Überfressen, von Nahrung belehren. Er ist halt auch schlecht, der Fisch, sagt der Katze. Sie setzt sich erst mal in Ruhe hin. Sagt, nein, Mann. Nein, Mann. Sag ihr, sie soll auch nicht. Ja, und hier oben sitzen solltest du auch nicht. Nein, nein. Und sie frisst einfach weiter das Essen. Du so, Katze, nein. Du solltest nicht das Menschenfressen fressen. Und die Katze so, klar. Und du solltest übrigens auch nicht auf der Theke sitzen. Und die Katze so, ist mir egal. Ich bleibe jetzt auf der Theke sitzen und fresse deinen Fisch. Ende. Wisst ihr was? Macht doch, was ihr wollt. Kotzt jetzt die Katze. Jetzt hat die Katze... Die Katze hat es auf dem Tisch gekotzt. Was ein wundervoller Morgen in Hanford-on-Bagley. Also den Kaffee würde ich nicht mehr trinken. Genau, die Katze so, oh, der Fisch ist eh vergammelt. Und er jetzt so, ach Miezi, was soll das denn? Wahrscheinlich hat erst der Katze beigebracht, dass sie sehr wohl mit ihm hier am Tisch sitzen und fressen darf. Kann irgendwer von euch aufräumen, please? Hier stinkt alles. Will sich nicht irgendeine von euch um den Haushalt kümmern? Weißt du was? Ich bin der Meinung, Mary Jane hat es jetzt lange genug hier rumgestanden. Die war als erste wach. Komm schon, sie muss jetzt aufräumen. Während er nicht pinkeln gehen kann, weil der Hund vor ihm sitzt und... Spielen? Spielen? Mary Jane, jawohl. Ab ins Hausfrauen-Outfit und dann wird hier geputzt. Und Mary Jane findet es super eklig. Ach stimmt, sie... Oh, stimmt. Sie macht ja nicht gerne sauber. Oh, und die Katzen spielen im Dreck. Und was machst du hier? Also Letizia hat ja ganz kurz sich einmal ums Feld gekümmert. Die hat es mal angeschaut, hat über einen Heiratsantrag nachgedacht und dann ist sie wieder weggegangen. Also offensichtlich hat sie sich überlegt, wenn ich den Bauer heiraten würde, müsste ich halt auch Felder bestellen. Ja, kriege ich hin. Girl, was machst du? Wo geht's hin? Im Regenduschen? Okay. Schauen, ob dich jemand sieht. Also ich will ja nicht spießig sein. Der Bauer steht... Der Bauer steht in der Küche. Er sieht's nicht. Und jetzt? Duschst du auch im Regen? Oder stehst du nur ein bisschen nackig hier rum? Und Luisa kommt jetzt raus und sie hängt sich so... Ähm... Wir haben zwar ja auch Duschen. Sie wundert's nicht. Währenddessen ist hier in der Küche ein Gespräch entstanden. Zwischen den Bauern und Mary Jane. Sie wünscht sich Freunde werden mit Carsten. Vielleicht lässt sie das arrangieren, Girl. Vielleicht lässt sie es arrangieren. Seid doch einfach mal nett. Und irgendwas über Aufsprudeln von Saft. Und... Wann da irgendwie uncool? Entgiftungsgeheimnisse. Sie ist gut im Wellness. Deswegen kann sie mit ihm Entgiftungsgeheimnisse teilen. Ui. Oh, die sind echt geheim. Nicht dein Ernst. Sie findet es immer noch super eklig. Weil es halt... Weil es eine schlechte Umgebung ist. Ja, hier sind ein paar Sachen gammelig. Ich weiß schon. Vielleicht kann er das mal aussortieren. Letizia, wir waren noch bei dir stehen geblieben. Ich möchte doch, dass du dich mal hier ein bisschen auch um den Stall und so kümmerst. Kannst du bitte den Viehstall säubern und Konstanze herbeirufen und das Futter auffüllen? Komm, Girl. Es wird Zeit, wie angekündigt. Die Frauen müssen lernen, mit den Kuhstellen und den Kühen zurechtzukommen. Luisa, die beiden hier sind nur am Quatschen. Wir schicken Saskia aufs Feld, sag ich mal. Sie wollte ja eigentlich heute Morgen schon jäten. Soll sie das doch jetzt weitermachen? Sie liebt es doch. Und Luisa, auch hier wird es mal Zeit, dass sich jemand um die Wäsche kümmert. Wäschehaufen aufheben, Wäsche machen in der Waschmaschine. Komm, Girl. Ab dafür. Mary Jane? Ja, ich weiß es, aber dann putz doch. Der Hund hat Angst vor der Spülmaschine. Kann sie ihr helfen? Beruhigen. Komm, du bist doch Tierärztin. Sag ihr, du brauchst keine Angst vor der Spülmaschine haben, du Zü. Die tut doch nichts. Süßer. So, Girl, und wenn du dich so aufregst, dass hier alles dreckig ist, dann machen wir hier einfach sauber. Ich weiß gar nicht, wo... Achso, der Kaffee ist versaut. Ja, ja, die sollen nur ruhig auch ein bisschen putzen. So, Carsten, wie schaut das aus? Mal die Tiere füttern. Wie macht sie sich eigentlich im Kuhstall? Ganz gut, nicht wahr? Der ist auch dreckig. Oh, alle Kuhställe müssen gemacht werden. Oh, oh. Weißt du was, Carsten? Du kannst ja dann so lange einfach mal in Ruhe was angeln. Letizia, bist du schon fertig? Nee, die hat jetzt erstmal den Dreck. Die trägt erstmal den Dreck weg. Sie macht schön alles. Eigentlich könnte... Es sind ja immer noch Felder dazwischen. Die könnte sie doch eigentlich auch bestellen, oder? Ich weiß gar nicht, was wir brauchen. Pilze. Riesenfeld. Ja, mach mal hier Pilze. Mach mal da auch Pilze. Und mach mal da Kopfsalat. Und mach da auch mal Kopfsalat. Wassermelonen. Sie wird bestimmt richtig gut. Sie wird richtig gut. Ich sag's euch. Weil sie das auch liebt. Voll gut, ey. Okay, Luisa. Läuft die Wäsche? Nein? Musst schon auch anschalten, Girl. Dankeschön. Ich höre Carsten... Carsten hat sich schon wieder auf die Couch geknallt mit Mary Jane. Okay, verstehe. Mary Jane hatte eigentlich den Auftrag, die Küche zu reinigen. Ist sie damit schon fertig? Ich glaube, ja. Ja, ist natürlich bitter. Es ist jetzt 14.04 Uhr. Vielleicht könnte sie mal was zu essen machen. Mittagessen servieren. Ein super Food Salat. Die verdrückt sich halt immer nach drin, weil sie es eklig findet zu putzen. Was? Kochen ist nicht dein Ding? Du machst doch bloß einen Salat. Ist denn die Kuh jetzt glücklich? Und nein, sie hat die Kuh nicht gereinigt. Letizia, die Kuh ist auch noch dreckig. Du musst Constanze schon putzen. Und vielleicht auch mal melken. Und vielleicht auch mal füttern. Sie ist unglücklich und schmutzig. Außerdem braucht sie ein bisschen... Beklag dich bei Constanze übers Leben. Please, mach die Kuh sauber. Ja. Luisa, wie schaut's bei dir aus? Oh, Luisa ist noch im Kuhstall. Okay. Hey, Carsten auch bei der schlafenden Kuh. Saskia, bist du schon fertig mit deinem Feld? Aber da fliegen doch... Da fliegt doch so Zeug rum. Kannst du das nicht wegmachen? Hier gegen Käfer einsprühen. Und dann quatsch doch mal mit deinem Pflanzen. So ein Salat fände ich nice. Vielleicht... Ich hoffe, dass sie da mal alles einsprüht. Mary Jane ist gelangweilt. Wegen einem Fadengespräch. Fadisch-Brudelfakten. Dieses Gespräch war alles andere als ein prickelndes Erlebnis. Die Luft ist raus. Und zurück bleibt lediglich ein fader Beigeschmack. Sie könnte vielleicht mit dem Hund ein bisschen was machen. Ein kurzer Spaziergang mit dem Hund. Komm schon, die Tierärztin, die sich vor allem ekelt. Ich mache jetzt schon echt nette Sachen. Sie muss nur so ein bisschen Haushalt machen. So ein bisschen kochen und mit dem Hund rausgehen oder so. Noch habe ich sie nicht mit ihren Pieptoos in den Kuhstall geschickt. Das ist eh noch sehr rücksichtsvoll von mir, finde ich. Und was machst du jetzt hier? Sie nimmt den Müll von seinem Kuhstall auch mit. Oh, nice. Also Luisa hat ja eigentlich den Auftrag, diesen Kuhstall hier zu reinigen. Aber sie war jetzt gerade beim Müll wegbringen von ihrem Kuhstall und hat jetzt von Carstens Kuhstall den Müll auch noch mitgenommen. Ich lasse sie mal hier weitermachen. Oh, Carsten möchte mit Letizia plaudern. Wo ist denn Letizia? Carsten kommt angejoggt. Ah, die zwei würden irgendwie auch gut passen. Oh, ich lieb's. Guck mal. Jetzt quatschen sie hier vom Kuhstall. Im Kuhstall von Constanze. Girl, geh doch nicht weg. Das ist doch deine Chance. Zeig ihm Bilder von deinem letzten Urlaub. Schau, Carsten möchte mit dir weiter... Doch, Carsten möchte mit dir weiter quatschen. Kunigunde ist aufgrund unzureichender Pflege bereits eine ganze Weile unglücklich. Das erzählt uns übrigens Caro, der Hund, will ich nochmal erwähnt haben. Kunigunde wird bald fortgehen. Nein. Aber Luisa war doch dabei, sich um Kunigunde zu kümmern. Komm, Luisa. Kunigunde braucht ganz besondere Portionen an Pflege. Komm schon. Kunigunde, komm. Komm, Kunigunde, ich mach dich sauber. Und du kriegst doch was zu essen und du wirst gemolken. Und dann erzähl ich dir, wie blöd bei mir gerade alles läuft. Carsten quatscht weiterhin so lange. Letizia geht mal wieder weg. Letizia lässt sie mal wieder stehen. Dann kümmert er sich weiter um Clara. Was ist denn? Also, ich hab echt nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Ja. Und sie macht's auch. Oh ja. Kunigunde braucht eine besondere Portion an Aufmerksamkeit. Wir umarmen Kunigunde dann mal. Und ausgehungert ist sie auch. Carsten. Carsten. Achso, Carsten ist gerade am Melken. Clara, ein Schubs geben kostet 25 Simoleons plus angereicherte Milch. Was? Ich muss es ausprobieren. Es tut mir jetzt super leid. Ich hoffe, er schmeißt die Kuh nicht um. Aber was heißt es? Angereicherte Milch? Das waren die 25 Simoleons. Was? Das hat er ja noch nie erlebt. Die nächste Milch ist angereichert. Er hat sie motiviert, oder was? Okay. Alles klar, was macht... Oh nein, Euter-Desaster. Weil eine Kuh gemolken hat. Überall ist Milch. Das ist ja zum Heulen. Sie hat keine Milch. Sie hat keine Milch aus der Kuh rausgebracht. Aber sie hat sie nicht geputzt, oder? Warum können wir sie immer noch putzen? Hast du sie umarmt? Mit der Kuh entspannen? Ich will nicht, dass sie traurig ist. Okay, geh mal zurück. Was tun die anderen? Mary Jane ist immer noch am Spazierengehen. Das können wir jetzt abbrechen. Das kennen wir. Das ist ja ein Neverending-Spaziergang. Luisa ist am Kuhschmusen, wie ihr befohlen. Saskia ist immer noch am Einsprühen. Also Bio ist das nicht mehr, aber wenigstens nicht von Käfern befallen. Letizia, hängt mal wieder vor der Glotze ab. Oh, ihr habt abgestimmt. Ich sehe, ihr seid schon durch. Oh, ihr seid alle... Oh, ihr seid euch alle einig? Ihr wollt, dass er das Einzeldeld mit Mary Jane hat? Alles klar. Zusammensitzen. Sie haben echt schöne Aussicht, wenn man das mal so will. Auf das beleuchtete Haus. Und sie haben den wunderschönen beleuchteten Baum. Also ich liebe diese Location jetzt schon. Jetzt nimmt Carsten sich ein Herz und sagt Mary Jane, erzähl mal was über dich. Mal über Interessen reden. Es geht ihm gerade übrigens super gut. Er ist energiegeladen, weil er sich super mit einem Tier unterhalten hat. Er findet es gerade super schön, dass er an der frischen Luft ist, weil er die Natur liebt. Es ist ein tolles Gefühl, weil er umsorgt wird und er fühlt sich heimisch. Also für Carsten ist die Welt gerade einfach nur super in Ordnung. Für Mary Jane nicht, weil sie im Regen war. Aber, that's okay. Carsten erzählt. Sie kann Ihnen jetzt auch mal ein bisschen was über die... Sie kann über die Kälte sprechen, über den besten Geiger reden. Ich glaube, das ist halt das, was Sie so ein bisschen interessiert. Und eine dramatische Geschichte erzählen. Da kommt ein Kätzchen vorbei. Okay, es läuft ganz gut. Sie ist... Es geht ihr jetzt auch okay. Sie ist nicht glücklich, aber okay. Immerhin. Über Gemäßspeisen reden. Alles, was ihn halt so beschäftigt. Da wird jetzt einfach mal gequatscht. Und sie macht jetzt mal ein Kompliment über sein Aussehen. Und er macht ihr dann ein Kompliment über ihr Aussehen. Ich kann mir vorstellen, dass es ihm schon gefällt mit dem Kleidchen und den Pieptoes und so. Dass er das gut findet, dass ihm das gefällt, dass es aber vielleicht nicht unbedingt das Beste für den Huf ist. Carsten liebt es, nach Komplimenten zu fischen. Ja, okay. Sie muss ihm mehr Komplimente machen oder die Frauen müssen Carsten überhaupt Komplimente machen. Aber sie verstehen sich gut. Jetzt bin ich gespannt, ob das Flirten... Also die Komplimente, ob die was ausmachen? Ja, ja, ein bisschen. Ein bisschen. Und er flirtet jetzt mal. Komm, Carsten, trau dich. Hinten schuftet immer noch Saske. Uh. Ja. Oh, sie muss aber super trinkpinkeln. Oh, okay. Ich lasse jetzt noch ein bisschen weiterreden. Mal gucken, ob sie von sich aus noch was Flirtendes machen würden. Oder ob sie einfach nur quatschen. Oder ob sie aufsteht, um aufs Klo zu gehen. Wie süß die Katze da jetzt sitzt und zuschaut. Ich lieb's. Und er geht jetzt sich den Salat reinzünden. Fand sie jetzt vielleicht blöd, dass er aufgestanden und gegangen ist. Aber ich hab sie mir, glaub ich, schon vier oder fünf Mal gesagt, er soll's nicht tun. Und sie dippelt auf Toilette. Aber ich finde, es war ein süßes Einzeldate. So ein bisschen ungeplant fast. Oh mein Gott. Und Saskia bist einfach immer noch am Start. Saskia war den ganzen Tag draußen. Und er hat sich um dieses ganze Essen draußen gekümmert. Um das Gemüse. Girl, ey. Nicht schlecht. Und Carsten gönnt sich jetzt den Salat, den vorher die Katze angefressen hat. Und ich finde, das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um diesen Sim-Tag bei Carsten, den kuriosen Kuhwirt, dann für heute zu beenden. Also bei Carsten, dem kuriosen Kuhwirt, ist heute wieder ein fantastischer Tag gewesen. Wir haben uns viel mehr um die Kühe kümmern müssen. Und das war, wie wir gesehen haben, auch bitter notwendig. Nicht, dass uns noch eine Kunikunde hier abhanden kommt, weil sie sich nicht wertgeschätzt und nicht geliebt fühlt und außerdem alles schmutzig war. Jede Frau hat so ein bisschen ihren Ort gefunden, in dem sie sich wohlfühlt. Saskia ist zum Beispiel super. Die liebt es, die Gartenarbeit zu machen und sich um die Felder zu kümmern. Wir haben sie den ganzen Tag nicht weggebracht von diesen Feldern. Wohingegen Mary Jane sich eher so um den Haushalt kümmert. Sie hat es nicht so mit schmutzigen Händen und selbst die Haushaltstätigkeiten sind ihr ehrlicherweise schon zu viel. Aber nichtsdestotrotz hatte sie heute Abend ein wunderschönes kleines Einzeldate mit Carsten. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben dalässt oder ein Abo. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Vielen Dank.